Gino, 1 zu 0 hier gewonnen zu Hause, zweiter Heimspiel gewonnen, goldene Tor von dir. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war ein schweres Spiel heute. Bochum war sehr, sehr stark. Wir haben gefeitet und dadurch haben wir am Ende auch noch verdient gewonnen. Zuschauer auf der Tribüne haben das Tor teilweise nicht gesehen, weil sie die Chance schon als vergeben garten. Kannst du das mal kurz erzählen für die Zuschauer? Ich kriege einen Ball, ich weiß gar nicht, wo er dabei kommt. Kann mir einmal vorlegen und dann hämmer ich drauf und der Ball ist drin. Gibt dem Trainer immer recht, wenn er Erfolg hat, dich ein bisschen offensiver aufzustellen. Bist du in der Position zufrieden als als Innenverteidiger? Ja, ich spiele die sechs total gerne. Ich habe auch viele Ballkontakte und dadurch öfter zum Abschluss komme. Das ist schön für mich, aber ich muss auch weiterhin solche Tore machen. Gino, Medien sind toll, die Jungs wollen dich aber beim Auslaufen haben. Bis zum nächsten Spiel. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020